Leute, wie mir Leute unter meinen Kommentaren ja die ganze Zeit schreiben, also Björn, Björn, was nennst du, was nennst du Black with Wukong, ein Souls-like, das ist doch, das ist doch ein Action-Adventure, das haben doch die Entwickler gesagt, die nennen das so. Es ist doch ganz egal, wie das Spiel aufgebaut ist, es ist doch vollkommen egal, wie es strukturiert ist, es ist doch vollkommen egal, wie es sich spielt, es ist doch vollkommen egal, was für Inspiration das Ding offensichtlich hat, nein, nein, das ist, das ist ein, ein Action-Adventure, so der Genre-Name, den wir verbieten sollten, weil er einfach gar nichts bedeutet, weil er gar keine Herkunftslage hat. Was ist, was zum Teufel ist ein Action-Adventure? Action-Adventure ist etwas, wenn du nicht weißt, wie du irgendetwas einsortieren sollst. Das ist, wirst du so, oh ja, das hat sehr viele Elemente, da hast du, da erlebe ich ein Abenteuer und es hat 1200 verschiedene Mechaniken und ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. So, Leute, Leute, den Prince of Persia ein Action-Adventure. Und dann gucke ich mir die Herkunft davon an und dann ist es so, naja, ist ja eigentlich dann eher ein 3D-Action-Plattformer. Das sind die Elemente davon. Da habe ich alle Elemente von, von Prince of Persia beschrieben. Random Frage, wie hast du deine Abo-Box so angepasst? Äh, das ist hier oben. Du kannst auf, auf Liste oder Raster gehen. Du gehst in die Abos und dann hast du das, das normale Raster, was, was YouTube irgendwie immer will. Und dann kannst du das aber auch als, äh, als Liste hier anzeigen lassen. Und ich finde das als Liste einfach immer wesentlich übersichtlicher. Weil ich dann immer schön hier mich dann einzeln auf die, auf die Bilder und, und Titel fokussieren kann. Ich sag, ich sag da jetzt, ich sag da jetzt nichts zu. Zelda wird, es ist einfach alles, Action-Adventure ist immer alles, wenn du, wenn du nicht weißt, wie du es betiteln sollst. Dann, dann, dann nimmst du Action-Adventure. Wenn du nicht weißt, was du, wie du das Spiel klassifizieren sollst, dann, dann fällt dieser Titel. So, Action-Adventure ist ein, ist, ist eine Gruppierung, ist ein Genrename, der, dessen Definition daraus besteht, dass er keine genaue Definition hat. Weil du hast, du hast bei, bei zumindest anderen Genres hast du gewisse Elemente, wo du sagen kannst, oh ja, das, daran kann man sich irgendwie orientieren. Mir fällt das bei RPG auch mal, mal gerne auf. Ja, aber ich mein, bei, bei einem Rollenspiel hast du zumindest noch so, wenn es, weißt du, wenn es diese, diese RPGs ist, wenn es so Leveling-Systeme oder so, dann weißt du zumindest, ah, das kommt aus dem, das kommt aus einem Rollenspiel-Bereich, auch wenn es natürlich jetzt nicht das, das Einzige ist, was, 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 was ein Spiel zum Rollenspiel macht, aber es kommt zumindest aus dieser, aus dieser Richtung. Zum Beispiel, ja genau, Zelda wird auch immer Action, ähm, Action-Adventure genannt. Zelda ist in, wenn du von der, von der klassischen Herkunft kommst, ähm, wird das eben deswegen auch oftmals ein Action-RPG genannt. Wie gesagt, das ist so, es ist so, dass das undefinierbarste überhaupt, das nimmst du halt für alles, wo du, wo du nicht wirklich, wirklich weißt, wie du etwas nennen sollst. Weil bei zumindest allen anderen Sachen hast du einen gewissen Ursprung und kannst sagen, ah, okay, das sind die, das sind die Anfänge davon, das ist so die Herleitung davon. Und Action-Adventure ist so ein Ding, das, das ist keine Ahnung, das haben wir einfach irgendwann angefangen, so, oh ja, du bist, du machst, du gehst auf einen Adventure und da ist auch Action drin. Ja, dann, 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 dann ist, alles, was irgendwie, wo du auf eine Reise gehst, ist dann, und, und wo du auch Action drin hast, ist scheinbar ein Action-Adventure. Dann ist Final Fantasy X auch ein Action-Adventure. Gehe ich auch auf eine Reise und habe Action drin, das sei rundenbasiert, rundenbasiert ist Action-Adventure. Alle 2D-Beat'em-Ups, alles Action-Adventure, alle Plattformen mit denen, wo du gegen Super Mario Bros. auch ein Action-Adventure, alle Mario-Titel Action-Adventure. Ich gehe auf eine Reise und ich habe Action. Dann Adventure und da gibt's Action. Ah. Nein, ich will einfach, ich will einfach nur aufzeigen, wie dämlich dieser Begriff ist. Das meine ich damit. Und ich mache das immer so wahnsinnig, dass Leute dann, ohne auch nur 5 Minuten über diese Sachen mal drüber nachgedacht zu haben, dann irgendwie daherkommen und am besten noch anfangen, mir irgendwie deutsche Wikipedia-Seiten zu zitieren. Und dann, das ist die, das ist die Wahrheit. Als ob sie irgendwie eine mathematische Formel damit bestätigt hätten. Und dann so, ah, aber siehst du, siehst du, ich habe deutsche Wikipedia zitiert. Oh. Man hat schon eine gewisse Vorstellung, wenn man Action-Adventure gesagt wird. Habe ich, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht davon. Wenn du mir sagst, irgendwas ist ein Action-Adventure, dann kann ich mir nichts darunter vorstellen. Weil das einfach so weitläufig ist. Und das Leute zu allen sagen. Leute haben auch schon Metroid-Spiele Action-Adventure genannt. Oder auch damals die GamePro hat, äh, Metroid Prime den Action-Adventure genannt. Kein Third-Person. First-Person-Spiel. Was ist, wenn Leute sagen, okay, Zelda ist ein Action-Adventure. Was ist, wenn du Zelda aus der First-Person spielen würdest? Wäre es dann, wäre es dann ein First-Person-Shooter? Wäre es dann kein Action-Adventure mehr? So, ich finde das... So, Uncharted, Uncharted ist ein, äh, ist ein Third-Person-Cover-Shooter mit Platforming-Elementen. An sich ist Uncharted ein Action-Plattformer. Das ist die beiden Sachen, die kombiniert werden. Sind, sind, äh, Third-Person-Cover-Shooter und... Platforming. Genre sind eigentlich wirklich nur dazu da, um eine gewisse Einteilung vorzunehmen, ja. Dass du den Leuten dann sagen kannst, oh, das ist ungefähr so, das ist ungefähr, das ist ungefähr so, das ist ungefähr so. Und Action-Adventure ist halt so dieses Vageste überhaupt, ne? Das ist halt wirklich das, was du, was du nimmst, wenn du... So, weil die Sache ist, wenn, wenn Leute beschreiben, wenn Leute sagen, oh, etwas ist wie, äh, wenn Leute Zelda beschreiben, dann sagen die, das ist Zelda. Das ist was, das ist schon was, eigentlich was Eigenes für sich. Wenn ein Spiel wie Zelda aufgebaut ist, sagen dann Leute, oh, das ist ein Action-Adventure, wenn du es dir beschreibst? Oder sagen dann Leute, oh, das ist wie, das ist wie, das ist wie Zelda? So, was hast du, womit wirst du, wirst du Leuten eher was, was erklären können? Wenn du Leuten Darksiders 1 beschreibst, sagst du denen dann, oh ja, das ist ein, das ist ein Action-Adventure? Oder sagst du, wie es damals alle getan haben, ja, das ist so Zelda, God of War, God of War, Zelda. Ich hab Balladro meinem Kumpel als Binding of Isaac-like gepitcht, ja. So, Zelda-like, ja, und deswegen haben wir, deswegen ist es ja auch beim Souls-like, weil das eben schon bestimmte Elemente hat. Das muss nicht alles beinhalten, aber es gibt eben bestimmte Elemente, wo du sagen kannst, oh, das ist auch definitiv davon inspiriert. Ne, das ist ja auch meistens das, wenn du halt siehst, oh, das ist die, das ist die klare Inspiration gewesen. Wenn du über Darksiders redest, du kannst über Darksiders nicht reden, ohne über Zelda zu reden. Das geht eigentlich nicht, weil das eine ganz, ganz offensichtliche Inspiration für dieses Spiel gewesen ist, was die Dungeons davon betrifft. Und das gleiche ist auch bei, wenn du über Blackmyth, Wukong sprichst, das ist offensichtlich von Souls-Titeln inspiriert. Offensichtlich! Wenn es Dark Souls nicht gegeben hätte, wenn es Demon's Souls, Dark Souls nicht gegeben hätte oder sie nicht erfolgreich gewesen wären, dann gäbe es dieses Spiel nicht. Dann würde es komplett anders aussehen. Und dann kommen mir Leute an mit irgendwelchen Wikipedia-Definitionen und sind dann so, ah, ein Souls-Titel, der muss den, der muss einen Fokus auf die Lore und die Story haben. Okay. Habe ich in allen Spielen ignoriert. Was ist mit anderen Souls-like Titeln, die, die wir als solche offensichtlich bezeichnen und dann aber keinen wirklichen Fokus auf die Lore haben? Ist es dann das nicht mehr? Oh, das sind die ganzen RPG-Elemente da draus und die Builds, die du machen kannst. Ja, was ist mit den Titeln, wo das relativ irrelevant ist? So, das... Du hast nicht diese, du hast nicht diese eine Sache, die etwas, die etwas zu einem Souls-like macht. Du hast mehrere Elemente. Du hast mehrere Elemente, die, ne, das ist quasi so, ähm, äh, so, 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 so Soft-Defi- Äh, so, äh, so, ich weiß nicht, wie du es sagst, so softy, äh, soft-Defi- Ne, hier, aah, dass du so, so eine Art Soft-Indicators hast. So, die müssen nicht alle zutreffen, aber du brauchst ne, du brauchst ne gewisse Menge davon. Du brauchst halt ne, ne gewisse Anzahl von Dingen, die sich überschneiden. Und da gibt es dann, da gibt es dann Genres, bei denen hast du einzelne Dinge, die du brauchst, wo du halt wirklich so, okay, ohne das kann es das nicht sein. So, du kannst keinen First-Person-Shooter machen, der nicht in der First-Person ist. Du kannst kein Third-Person-Shooter sein, ohne in der Third-Person zu sein. Ne, du kannst kein Plattformer sein, ohne, äh, ohne in irgendeiner Form, sagen wir mal, Traversal-Mechaniken zu haben. Es muss ja nicht mal wirklich nen, der, es muss ja nicht mal nen Jump-Button sein. Du kannst ja auch nen, nen Platforming, äh, Plattformer sein, ohne dass du darin springen kannst. So, Bionic Commando. Aber du brauchst gewisse Traversal-Mechaniken. So, damit du, damit du ein Souls-Like bist, du brauchst den, äh, äh, du brauchst den, äh, zufallsgenerierte Abfolge von Herausforderungen. Aber bei nem, bei nem Souls-Like, so, was ist das, ich weiß nicht mal genau, was du raus, weil du müsstest dann alle Sachen durchgehen. Du müsstest quasi jedes einzelne Element durchgehen und dann sagen, okay, ich nehme das raus und der ganze andere Rest wäre gleich. Und wäre das dann noch. Weil das ist halt mehr das, die übergreifenden Elemente und wie das dann auch davon inspiriert ist. Ah, naja. Du kannst kein Steam-Hentai-Game sein, ohne weirde Community, ja. Du kannst vor allem, du kannst kein Hentai-Game auf, ähm, im Nintendo Switch-Stores, im E-Shop sein. Ohne schlechtes AI-Art zu benutzen. Oh ja, gucken wir mal. Weil mich macht das einfach, das ist so, Souls-Like sind ausgelutscht, zum Glück ist, ich hoffe, das ist einfach nur, ich hoffe, das ist einfach nur Sarkasmus. Ich hoffe, hoffe, diese Überschrift ist Sarkasmus. Weil das ist so, oh, das Genre ist ausgelutscht, zum Glück macht das Spiel was anderes. Dann werde ich, dann gehe ich an die Decke. Shooter vor zehn Jahren war. Oh. Ich denke an deinen Blutdruck, Björn. Oh, nee, das hilft mir. So, Leute. Ich habe eine These, die ist so steil, dass mich der Fallschaden wahrscheinlich umbringen würde. Souls-Like sind heute das, was Militär-Shooter vor zehn Jahren war. Ein Genre, das sich gefühlt überhaupt nicht mehr vorwärts bewegt, weil alle dem Platzhirsch hinterherlaufen. Aber keiner kann ihn überholen oder überhaupt einholen. Da warst du immer noch zu viel Abwechslung oder neue Ideen da drin. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, was mit Militär-Shooter verglichen werden kann in dem Fall. Halt höchstens so Third-Person-Cover-Based-Shooter. So Third-Person-Cover-Based und dann am besten noch Koop. Aber das war ja so aus derselben Ära. Das waren die zwei dominierenden Sachen. Das ist eher halt so, ich würde mal sagen, so die klassische Open-World-Struktur. Es sind halt mehr so einzelne Elemente, die dann immer wieder kopiert werden, die ich heutzutage nicht mehr sehen kann. Und weniger die Genres. So eher so das, was damals die ganzen Militär-Shooter waren. Das sind für mich heute die Einzel-Elemente, die einfach immer und immer wieder kopiert werden. Hat er einen Stimmenverzerrer? Ne, der hat einfach nur 20 Zigaretten vor der Aufnahme gegessen. Es war vor allem Call of Duty 4 schuld, dass so viele andere Entwickler ihre eigene grau-braune Militär-Propaganda... Ja, und davor waren es die zweite Weltkriegs-Shooter. So, das war... Ich weiß noch, wie damals Call of Duty 4 rauskam und einfach alle dieses Spiel auch so abgefeiert haben, weil es mal was anderes war. So, es war immer noch ein First-Person-Shooter, aber meine Fresse war es mal endlich kein zweite Weltkriegs-Shooter. Und dafür mussten die Devs ja damals kämpfen. Dafür musste Infinity Ward damals kämpfen, dass die nicht zweite Weltkrieg gehen. Weil das war damals so, oh mein Gott, du kannst, du musst zweite Weltkrieg, ansonsten kann dein Spiel nicht erfolgreich sein. Und nachdem dann Call of Duty 4 so erfolgreich war, waren alle so, was? Wir können auch was anderes machen, außer zweite Weltkrieg? Und anstatt dann in verschiedene Richtungen zu gehen und zu sagen, oh, dann sind die Tore ja offen, dann können wir alles Mögliche machen, war dann die restliche Industrie, ja okay, dann machen wir jetzt nur noch Modern-Military-Shooter. Und da auf den Markt warfen. Und sofort waren in der nächsten Phase. Die hatten dann eigentlich alle das gleiche Gameplay. Sie hatten Michael-Base-Set-Pieces und immer ein Level-System im Multiplayer. Was nach den ganzen Weltkrieg-Shootern, die vorher kamen, noch als cooler, neuer Trend startete, wurde immer mehr zu einer Innovationswüste, aus der viele von uns nur noch raus wollten. Tja, und mit Souls-Likes geht's mir aktuell sehr ähnlich. Ich spiele dieses Genre seit fast 15 Jahren, also seit es mit Demon's Souls losging und das ziemlich religiös. Jedes From-Software-Game wird bis zur Platin-Trophäe und darüber hinausgezockt. Die meisten Nachahmer probiere ich wenigstens aus und ziehe sie oft auch bis zum bitteren Ende durch. Mir ist klar, dass ich an meinen... Das ist Selbstgeißelung. Das ist Selbstgeißelung. Also wer Lords of the Fallen und The Surge bis zum Ende durchspielt, da würde ich mal zum Arzt gehen. ...Souls-like Müdigkeit... Surge 2 ist based, aber der erste ist erst. ...nicht ganz unschuldig bin. Es hat mich schließlich niemand dazu gezwungen, auch noch in Phymesia oder Kronos Before the Ashes alle Trophäen zu... Vor allem, wenn du richtiger Fan bist, dann solltest du eigentlich zurückgehen und die alten From-Software-Titel spielen. Dann solltest du dir eigentlich endlich mal Kingsfield ansehen. ...holen. Äh, was war nochmal die Definition von Wahnsinn? Nach dem Triple aus Wolong Fallen Dynasty Lords of the Fallen... Surge 1 hat die... Okay, das mit dem Rollstuhl am Anfang, das ist schon ziemlich gut. Das muss ich wirklich sagen. Das Opening und danach ist bergab. Aber dann reicht es eben auch, weißt du, dann hol dir Surge 1, spiel es 10 Minuten und dann deinstall ja, refund es wieder. Dann hast du die beste Stelle im Spiel gesehen. ...und Lies of P spürte ich letztes Jahr so richtig, wie der Ofen bei mir langsam ausging. Ja, die hatten ihre Qualitäten und eigene Gameplay-Features, aber inzwischen fühlte sich trotzdem alles nach dem gleichen Spiel an. Ein Spiel, in dem ich schon seit 15 Jahren das gleiche tue. Ich drücke einen Knopf, um keinen Schaden zu nehmen und dann... Also ich muss sagen, ich finde, äh, ich finde Pinocchio Souls wesentlich einzigartiger und interessanter, als es bei Wukong der Fall ist. Also alleine durch die paar mechanischen Unterschiede, die das Spiel hat und eben auch das ganze, das ganze Setting, finde ich das wesentlich interessanter. Plus das Ding hat tatsächlich gutes Level- und Encounter-Design. Dann drücke ich einen anderen Knopf, um Schaden auf... Ich kriege auch, ich kriege einfach seitdem, seitdem Northern Lion das Pinocchio Souls genannt hat, kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf raus. So vorher war es Lies of Piss, aber ich finde Pinocchio Souls ist... Und dieses Spiel kann ich schlicht und ergreifend nicht mehr sehen. Ja, es wird immer schneller und es wird immer schwerer, aber das ändert nichts dran, dass sich im Kern so gut wie nix verändert. Sonderlich gehypt war ich auf Black Myth Wukong entsprechend nicht, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich... Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was das Spiel für ihn so anders macht. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Das ist einfach so, boah, jetzt habe ich die ganzen Cooldown-Attacken von meinen Gacha-Games. Die Entwickler selbst wollten das Souls-Like-Label nicht annehmen, aber pessimistisch, wie ich bei dem Genre inzwischen bin, rechnete ich trotzdem mit altem Wein... Alter, dieses... Was waren das, die Entwickler von dem Phantom... Was heißt das? Phantom Blade Zero? Wo sie irgendwie meinten, ja, das ist so 30% Souls-Like und 70% DMC. Jesse, what the fuck are you talking about? Neun Schläuchen. Jetzt habe ich mich knapp 15 Stunden im Affenpelz durch die chinesische Mythologie gekloppt und ich kann sagen, mein Vorurteil war falsch und mann bin ich froh darüber. Ja, Wukong hat seine Souls-Like-Features. Es gibt zum Beispiel Checkpoints, an denen ich mir meine Heiltränke zurückhole, aber auch die meisten Gegner wiederbelebe. Das Storytelling ist kryptisch und wird zum großen Teil in Codex-Einträge ausgelagert. Zwischensequenzen gibt's kaum, außer um einen neuen Gegner vorzustellen und Rätsel oder andere Gameplay-Sperrenzchen fehlen auch. Hier wird gekämpft, hier wird ein bisschen erkundet und hier wird über die spektakuläre Grafik gestaunt und das war's. Die Spielerführung ist minimal, Nebenquests sind nirgends verzeichnet. Und Bosse und Elite-Gegner können ordentlich austeilen und ich verlasse mich deswegen oft auf meine Ausweichrolle, damit ich nicht nach einem Kampf... Genau, wir haben auch noch den... Wie wär's auch, wenn wir auf das, äh, auf so die grundlegenden Eigenarten im Kampfsystem eingehen, dass du ein Stamina-based Kampfsystem hast, was, by the way, so... Ja, das hatte From Sword auch früher teilweise in Spielen, aber auch das ist eine Eigenschaft, die in Demon's Souls und Dark Souls essentiell war. Wie wär's auch mit dem kompletten Heil-System, was davon übernommen wurde? So, das Heil-System sind einfach die fucking Astros-Flags, äh, die du hast. So. ... paar Sekunden schon wieder am letzten Checkpoint lande. Gleichzeitig verzichtet das Spiel aber auf die meisten anderen Souls-Aspekte. Es fühlt sich viel eher nach Bayonetta oder God of War... Oh mein... Oh mein... Oh... Alter, ich will diese Leute einfach an einen Stuhl knebeln und mal wirklich einen Bayonetta und einen DMC spielen lassen. Meine Fresse. Die Action-Game-Literacy in dieser, in dieser Industrie ist negativ. Bro. Es ist macht, es ist wirklich, es ist wirklich wahnsinnig. Leute spielen nur Souls-Likes und dann irgendwelche Sony-Action-Titel. Und das ist dann so, boah, ja, das fühlt sich jetzt aber anders an. Das ist direkt, das ist wie DMC und, und Bayonetta. Ja, vollkommen. Vollkommen. Ja, genau. Äh, definitiv, ja. In Bayonetta, weißt du, was ich in Bayonetta mache? Da spamme ich auch die ganze Zeit meine Cooldown-Attacken. Mhm. Ja, ja, da habe ich auch nur, da habe ich auch nur einen Combo-String. Und dann mal irgendwo, weißt du, das Kampfsystem hat mehr mit, wenn mit Dynasty Warriors noch, noch gemein. Und selbst da ist es reduzierter. Weißt du, mit welchem Kampfsystem es Ähnlichkeiten hat? Mit den fucking Souls-Titeln. Oh, du hast eine Light- und Heavy-Attack, das war's. Und du hast keine wirklichen interessanten Combo-Strings. So, bro, what the fuck are we talking about here? So, Bloodborne hat mehr Combo-Variety als dieses Spiel. Dann ist, dann ist Blood, I guess Bloodborne ist dann auch ein Bayonetta. Bloodborne ist auch DMC. Also, ich habe keine Ahnung, wollen die Leute das einfach krampfhaft so sehen? Das tut mir in der Birne weh. Stellar Blade ist mehr DMC als Wukong, ja. Und selbst das, und selbst da waren die Vergleiche auch so. Oh ja, dann, I guess, I guess Demon's Souls ist kein Souls-like, weil ich da problemlos durchkomme. I guess Dark Souls ist kein Souls-like mehr, weil ich da problemlos bis ans Ende komme. Bro, what the fuck are we talking about? Das ist doch, das ist doch das Meme. Das ist doch das fucking Meme. Dass Leute alles Dark Souls genannt haben, wegen des Schwierigkeitsgrades. Das ist die einzige Sache, die Leute aus einem Souls-Titel genommen haben, der Schwierigkeitsgrad ist. You're doing the Meme, but reverse. Gegner haben gegen den wirbelnden Kampfstab sowieso keine Chance. Boah, I guess jedes alte, jeder alte Action-Plattformer, den ich spiele, ist ein Souls-Titel. I guess Volga the Viking 2 ist ein Souls-Titel. Weil es schwerer ist, es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wirklich, es macht mich wirklich wahnsinnig. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das nur in Deutschland so ist. Wenn ich internationale Besprechungen über das Spiel lese, dann, dann habe ich nie das Gefühl, dass da irgendwie über die Genre-Scheiße gesprochen wird. Mini-Bosse schicke ich mit einem sehr spaßigen Zauberkatalog auf die Bretter. Statt ein ewig langes Move-Set auswendig lernen zu müssen, sorge ich mit dem Lähmungszauber dafür, dass der Gegner erstmal überhaupt nicht angreifen darf. Packt ein Boss seine Spezial-Moves aus, dann beschwöre ich einen Schatten-Klon, während ich mich selbst erst unsichtbar und danach aus dem Staub mache. Und sobald der Boss mit seiner Show fertig ist, kriegt er zur Belohnung noch eine Schleich-Attacke reingedrückt. Das Ausweichtiming ist großzügig und eine Ausdauerleiste gibt es zwar, aber die ist eigentlich kaum beachtenswert. Ja, Wukong hat mächtige Gegner, aber mit so ein bisschen Fingerfertigkeit... Das ist einfach Cooldown-Attacken. So... Ja, das ist ein Souls-Like mit Cooldown-Attacken. Oh mein Gott. Macht mich wahnsinnig. Das ist genau wie in Bayonetta. In Bayonetta habe ich auch meine ganzen Cooldown-Attacken und auch in DMC. Da habe ich auch meinen Zauber-Move, mit dem ich die Gegner immobile mache. So, habe ich ganz vergessen den Move. Muss ich wohl übersehen haben. Oh... Beim Tod verlier ich nix außer ein paar Minuten meiner Zeit, weil das Spiel die Strecken zwischen seinen Boss-Fights kurz hält und sie meistens nur mit wenigen Gegnern füllt. Die ganze verdiente Währung darf ich außerdem behalten, wenn ich sterbe. Erfahrungspunkte werden nicht in Stats investiert, sondern in einen Skill-Tree, um die Fähigkeiten noch weiter zu verfeinern. Komplexe Builds oder stark unterschiedliche Spielstile gibt's hier nicht. Wukong will, dass ich alles benutze. Se- 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 Kido auch Action-Adventure. Gibt's auch, äh, gibt's auch nur die, 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 die Stats. Vor allem, vor allem zum Beispiel auch, du guckst dir ja Bloodborne an und die, die Stats in Bloodborne sind eigentlich auch vollkommen, äh, da hättest du auch fast schon, fast schon Skill-Trees machen können, so irrelevant, wie das in dem Spiel ist. Ist jetzt nicht so, als ob du da die große Build-Variety hast. Benutze, was es mir zur Verfügung stellt. Und oft bekomm ich neuen Kram auch direkt vor der Stelle, an der er besonders gut reinhaut. Eigentlich ist Wukong ein Megaman-like, weil du kriegst die Fähigkeit der Bosse. Das ist die, das ist der, das ist der wahre Big-Brain-Take. Keinen, das Spiel würde dadurch zu simpel oder zu langweilig werden, aber durch die schiere Masse an unterschiedlichen Gegnern hat's mich bis jetzt echt gut auf Trab gehalten. Auch wenn ich bei der Story nur Bahnhof verstehe, profitiert das Spiel extrem von seinem mythologischen Hintergrund. Die Figuren sehen richtig schön fantasievoll aus, sie sind liebevoll animiert und so ganz anders als die Fantasy-Horror-Monster, die ich in dem Genre schon viel zu oft gesehen habe. Dass das Spiel noch so spektakulär aussieht und klingt, das trägt natürlich auch seinen großen Teil zum Unterhaltungswert bei. Ja, das Kampfsystem von Wukong hat jetzt auch seine Defizite. Der Kampfstab ist die einzige Waffe und ich haue die meisten Gegner mit den immer gleichen Kombos weg, sobald ich meine Zauber abgefeuert habe. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit fühlt sich das echt klasse an. Die Komplexität eines Bayonetta sollte man jetzt aber nicht unbedingt erwarten. Warum, warum, warum vergleicht man das überhaupt miteinander? Das macht mich wahnsinnig. Es ist wirklich, deutsche Spielepresse spielt irgendwelche Action-Titel, die keine Souls-like sind. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Es tut einfach irgendwann wirklich nur noch weh. Das ist so, als ob ich über Strategie-Spiele sprechen würde. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, bei irgendwelchen Action-Titeln, da hast du dann so, ja, da brauche ich keine Erfahrung, um da irgendwie autoritär über Sachen reden zu können. Das ist egal. Das ist egal. Arcade Games Who? Was? Nein? Okay. Also ich würde auch ausgelacht werden, wenn ich mit so einer Überzeugung von irgendwelchen Strategie-Spielen reden würde, nachdem ich da kaum Erfahrung gesammelt habe. Warten. So mancher Boss ist außerdem wirklich sehr schnell niedergemäht. Da hatten wir gar keine Chance, uns richtig kennenzulernen. Hier und da habe ich auch mal das Gefühl, als würde Wukong meine Inputs fressen. So blitzsauber wie ein Sekiro spielt es sich also nicht. Ja, der springende Punkt ist aber, dass ich hier auch gar nicht auf diese Präzision angewiesen bin, die ein anderes Studio sowieso kaum nachmachen kann. Wukong ist knackig genug, um mich bei der Stange zu halten, aber es ist auch nicht so bestrafend, dass ich jeden Move über viele Versuche hinweg... Ja, weil du den ganzen Schaden durch deine fucking Cooldown-Attacken machst, die einfach gratis Damage sind. Deine ganzen Cooldown-Attacken sind einfach gratis Schaden, den du beim Gegner verursachst. Und wenn du alle deine Cooldown-Attacken am Anfang loslässt, dann hast du bei den meisten Bossen, von der Hälfte, die ich jetzt gespielt habe, hast du bei den meisten Bossen so direkt die Hälfte der Lebensenergie weg. Und ein paar Sachen, wie das Immobilize, die gehen sogar relativ schnell wieder hoch, dass du sie manchmal so noch zwei oder vielleicht sogar dreimal in einem Kampf irgendwie einsetzen kannst. Plus halt die aufgeladenen Attacken, wenn du von den Bossen so ein bisschen weggehen kannst. Auswendig lernen musst. Oder du verwandelst dich in irgendwen anders. Gratis-Hits. Du musst dir keine wirklichen Gedanken drüber machen. Wenn ich das jetzt schon in dutzenden Spielen und bei hunderten Boss-Gegnern gemacht habe, hat es für mich nämlich einfach seinen Reiz verloren. Sogar bei so einem großartigen Erlebnis wie Shadow of the Earthry komme ich meistens nicht mehr aus der Boss-Arena und bin jetzt mega glücklich drüber, was ich da gerade geschafft habe. Nee, ich bin vor allem froh, dass es vorbei ist, weil sich das Sterben, auswendig lernen, Kreistaste drücken und gewinnen für mich so langsam wie Fließbandarbeit anfühlt. Und das liegt daran, dass From-Software und vielen seiner Nachahmer irgendwie nichts Neues mehr einfällt. Ich meine, deswegen sollten wir zu Demon's Souls wieder zurückkehren. Mehr interessante Gimmick-Bosse machen. Als mich immer beklopptere Moves auswendig lernen zu lassen. Ich habe jetzt wirklich lange genug 27 Mal in Folge die Ausweichtaste gedrückt, um die Anime-Kombo von irgend so einem Edge... Yo, Shackle, vielen Dank für das Prime-Amo. Cooldown-Attacken sind so eine Seuche, ja. Ja, ich meine, aber ich finde die Herleitung davon, was ich in dem Video gesagt habe, finde ich eigentlich auch dann für vollkommen korrekt. Das ist so, wenn du... Wenn es eben vorher so ein Mobile-Entwickler ist, die dann ihre Gacha-Spiele gemacht haben, die ja darauf ausgelegt sind, alles mit irgendwelchen Cooldown-Sachen zu arbeiten, dann ist es wenig verwunderlich, dass die sowas auch in ihren Action-Titel einbauen. Ich kann wirklich nur empfehlen, geh mal ein bisschen zurück und spiel mal wirklich ein paar mehr Action-Titel. Es gibt noch so viel Auswahl an 3D-Action-Titel, es gibt so viel, was das zu bieten hat. Geh weiter zurück in 2D-Action-Titel, geh weiter zurück in irgendwelche Arcade-Action-Plattformen oder so. Da kannst du so viel Kram rausziehen. Und das Beste daran ist, dass wenn du das gemacht hast, dann wirst du dich selbst für so eine Vergleichsaussage wie mit Bayonetta und DMC verprügeln wollen. Da kommt man dann nämlich automatisch dahin, dass man solche Aussagen dann peinlich findet, die man getätigt hat. Das kann ich einfach wirklich nur Leuten empfehlen, dass man ein bisschen, weil ich hab wirklich das Gefühl, dass Leute dann so, oh, ich mag dann irgendwie Dark Souls und dann spielen sie aber nur Sachen, die so aufgebaut sind. Dann spielen sie halt nur das die ganze Zeit und sind nur davon dann irgendwie, weil oh, ich weiß ja, dass ich Dark Souls mag, also spiele ich andere Souls-like Titel und die mich in irgendeiner Form daran erinnern, aber machen irgendwie nicht den Sprung die meiste Zeit dann wirklich in andere, weil das ist ja nur eine Form von irgendwie 3D-Action, die du haben kannst. Vor allem, ich mein, mir persönlich geht's halt auf die Nüsse, wie sich das immer mehr in so Boss-Rush-Encounter manövriert hat und dass es irgendwie nur darauf noch der Fokus ist, wenn es gerade eben auch in den frühen Anfängen bei einem Demons und einem Dark Souls vor allem eben auch die eigentlichen Level waren, das eigentliche Level an Encounter-Design da drin. Und dass die Bosse halt wirklich dann so eine weirde Überraschung waren, was du irgendwie bekommen hast und jeder Boss hat dir was vollkommen anderes geboten und mittlerweile ist irgendwie gefühlt, jeder Boss, okay, muss wieder 5000 Attacken auswendig lernen. Das macht mir auch Spaß, aber ich find's einfach ermüdend irgendwann, wenn jeder Boss das ist. Wenn irgendwie jeder Boss nur noch das versucht. Ich zu nur muss uns wieder retten, ja. Otogi muss ich selber mal zurückgehen, tatsächlich. Ich mein, ich hab ja auch noch super viele Sachen da drin nicht gespielt. Gibt's genügend Leute, die auch deutlich mehr Ahnung haben als ich. Aber ich kann auch nur aus der eigenen Perspektive sagen, dass es extrem hilft, zurückzugehen und das dann auch mal so ein Genre zurückzuverfolgen und dann auch Anfänge zu spielen und vor allem auch Dinge zu sehen, die wir mittlerweile verloren haben. So, die frühere auch 2D-Action oder Beat'em-Up-Titel oder so gemacht haben und die wir heutzutage gefühlt einfach nicht mehr in Spielen drin haben. So halt wirklich Grundprinzipien, die nicht mehr enthalten sind. Und stattdessen haben wir irgendwelche Grundprinzipien, die aus Mobile-Gacha-Spielen kommen, die übernommen werden. Farbtastisch, vielen Dank für das Prime-Abo. Ich perfekt. Wann Ever Grace Remake, let's go, das ist die richtige Frage. Wahrscheinlich zu leicht sein, die Spielwelt zu leer, die Mechaniken zu simpel oder die Technik zu unsauber. Aber es ist so erfrischend, mal wieder ein Nahkampfspiel zu spielen, das nicht auf Gedeih und Verderb ein Soulslike sein will. Etwas, das sich nicht wie der zweitklassige Klon eines anderen Spiels anfühlt, sondern wie sein eigenes Ding. Oder anders gesagt, ich war mal ein Soulslike-Junkie. So lange bis ich mir ne Überdosis geholt habe. Und Black Myth Wukong ist die Ersatzdroge ganz ohne Nebenwirkungen. So. Und jetzt könnt ihr mir Skill-Issue in die Kommentare schreiben. Oh, mein, das macht mich einfach so fertig, wirklich. Ich hab das Gefühl, deutscher Diskurs bei solchen Sachen einfach nochmal 10 Ecken schlimmer. Oh... Das ist so ein 3, ey. 3 a.m. Gedankengang, wenn man direkt ne Idee... Ja, dann denkst du das noch ziemlich smart. Bruder hat einfach nur Kaffeesucht gegen Energiesucht getauscht. Das ist ne hervorragende, das ist ne hervorragende Beschreibung. Wenn er stattdessen das gegen eine Holy-Sucht hätte eintauschen sollen. Oh, einfach auf den Eistee, einfach auf zuckerfreien Eistee wechseln. So wie ich das gerade hier habe. Oh, hervorragend. Gigabased. Ja, okay.